So, ähm, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich das ein bisschen geschnitten habe. Aber es hat einfach nur Ding gemacht. Äh, kein Chill. Und, äh, ich glaube, wir sind ziemlich gut für den Kampf gewappt. Geh wappt mit. Geh wappt mit. So, Gott, was habe ich denn vor Sprechstörungen? Ist ja unerträglich hier. Ja, ja, Mason Rettys verliert langsam seinen Verstand. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Weg rauslaufen. Äh. Ja. Ja, schon wieder. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, ähm, lustiger. Och, natürlich, ja. Ja. Wenn ich jetzt so wie Sieg bau, oder wenn ich einfach nur Scheiße bin. Ich gehe wieder live weg und füße noch mehr, oder? Oh, du so. Scheiße. Äh. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Fü**ingない. Ich f***ing. Und so, ha, ha, du Mistgeburt Ficker, ich hab's dir gesagt, ich bumm's dich, ich hab gesagt, ich bumm's dein Genick, ey, was hast du davon, du Mistgeburt, siehst du Hunde, so einen hohen Ficker, du Mistgeburt. Das musst du mal gesagt werden, verbrenne, du Hundesohn, das ist meine einzige Chance, du auf eine Flucht zerstört, du Wichser, und du hast mich auch noch mit einem Virus infiziert, jetzt hab ich AIDS, du Mistgeburt. Das musste mal gesagt werden. Wo kommt der denn her? Och, natürlich, ich hab dir Arbeit geleistet, dann kommst du rüber. Jill, häng in da, hey, whatever, I'm sorry, Jill, please, wake up. Hm, man hat mir gesagt, ich solle nicht mehr zwischen den Sequenzen reden, ist auch bestimmt zerstörend, also lass ich meinen Kommentar danach los. Oktober 1st, night, I woke up to the sound of falling rain, I can't believe I'm still alive. I... Carlos? It looks like our roles have been reversed from when... Don't worry, Jill, this... I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Hey! Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill, I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you! Okay, jetzt muss ich, äh... Ja, super, der Tape fiel mit. Jetzt muss ich irgendwo hin und ihr diesen Anti-Virus besorgen. Ähm... Phagis... Frage ist nur, wohin? Tien, also was mach ich überhaupt... Wohin denn jetzt? Echt jetzt? Ich hab sowas von keinen Plan. Äh... 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 Jetzt bin ich echt verwirrt, jetzt hab ich voll den Blackout. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen muss. Vielleicht nochmal gegen den Missus kämpfen. Wieso schieß ich überhaupt Zongs ab? Äh... Manchmal hasse ich das Spiel. Aber nur manchmal. Oh Gott, nein! Wo kommen die ganzen missgeburten Zombies her? Ja, 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 ja! Psch! Ist zimmer auch noch. Oh Gott! Ironisch. So! Wenigens hat er vier Medifacts bei sich. Ich glaube Nemesis kommt nochmal. Ich meine... Natürlich kommt der Missus nochmal. Hahaha. Geh hoch kann ich schon mal nicht. Das erleichtert mir die Suche natürlich. Aber ich weiß trotzdem nicht wohin mit mir. Okay, was sagt die Karte? Das wird so gar nix, sagt die Karte. Oh Gott! Kommt wo die kleinen... Verfickte Spinnen. Sie sind so voll die Flöhe. Wo ist so... Fuck, wo bin ich? Voll verlaufen hier. Ach, hinter mir ist die Tür. Stimmt. Dahin. Das Einzige wo man noch hingehen kann? Im Schlafzimmer bezweifeligt. Stimmt, ich muss ins Krankenhaus. Oh Gott. Ich bin erschreckt. Hässlich ein Viech an mir. Tja, das sieht nach Carlos Adventures aus. Du 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 du. Carlos, te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Ach, deswegen, er kann schieben. Ach so. Lustig. Tja, jetzt sieht's nach Munitionsspan aus. Aber wir sind Amerika und wir wissen noch, Amis können keine Munition sparen. Dankeschön, verfickter Truck. Okay, schauen wir uns mal die neue Karte an. Das ist der Park, da gehen wir mit Jill rein. Das ist das Karankenhaus, da gehen wir mit Carlito Caribbean Crew rein. Ja, das ist ein Wrestler. Ach, wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle einfach einen Cut und gut ist es. Bis dann, der vom Hausen. Tschüss.